Was machen wir für einen Cold Opener? Was haben wir alles? Was ist das innen oder was? Ja, das habe ich gelernt beim beim Pausentee. Mit Monsieur Claude fliegen wir ein zweites Mal zu einem Rezept für die Liebe. Weil er ist ein Bad Boy. Ja, herzlich willkommen hier, Kate und Chris. Hallo. Hallo, Kate und Erik. Heute mal nicht vormittags wie das letzte Mal. Heute sind wir, zumindest was mich angeht, geistig etwas wacher als beim letzten Mal, wo der Kaffee... Nein, ich nicht. Du nicht? Nein. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall einige Filme mitgebracht, der Chris hat von einer kleinen Sonderaktion, glaube ich, zu berichten. Und ich habe eine Rezensionsdisk, die ich rezensieren möchte. Und ich glaube, die können wir dann auch verlosen. Es sei denn, ihr wollt die nochmal gucken. Und wir können, glaube ich, noch über eine besondere Blu-Ray berichten, die jetzt gerade erschienen ist. Die 1000 Klotzbüble. Ja. Das können wir mal mit in den Programme aufnehmen. Die kam ja jetzt auch. Lasst uns mal beginnen mit dem Sneak-Film der Woche. Das war letzte Woche der Film Monsieur Claude 2. Und wie der Titel schon verrät, ist es der zweite Teil. Es gab ja mal Monsieur Claude und seine Töchter, wo es darum ging, dass Monsieur Claude als, naja, doch etwas sehr konservativer, eher rechtsgerichteter, älterer Herr ein bisschen Probleme damit hat, dass seine vier Töchter, beziehungsweise die drei von denen, die eine hat einen Juden geheiratet, die andere einen Araber, also Moslem, und die andere hat einen Chinesen geheiratet. Und ja, dieser wilde Mischmasch da, das gefällt ihm irgendwie gar nicht so richtig. Und er hofft dann, dass seine noch verbliebene vierte Tochter jemanden abbekommt, einen aufrechten Franzosen, der möglichst Christ ist. Und so kommt es ja dann auch, also er ist zumindest Christ und als sie ihm dann aber vorstellt, bei ihrem Vater, stellt er fest, oh, der ist ja doch nicht so weiß wie andere, sondern es ist doch eher, kommt er, hat er etwas dunklere Haut und das stößt dann auch vor große Probleme, die aber alle irgendwie gelöst werden. Hier im zweiten Teil, also wer den ersten nicht kennt, der sei hier mal empfohlen, der ist nämlich sehr lustig und gut. Im zweiten Teil geht es darum, dass eben Monsieur Claude, die kommen zurück von einer Reise und wir erfahren ja im ersten Teil, dass er mal die ganzen Familien von allen seinen Schwiegersöhnen besuchen wollte und von dieser Reise rund um die Welt kommen sie jetzt zurück mit sehr vielen Eindrücken und zu Hause kündigt sich da schon einiges an. Es könnte sein, dass es da Nachwuchs gibt und es kommt auch noch mit dazu, dass die Schwiegersöhne, die ja nun, wie wir erfahren haben aus dem ersten Teil, ja nicht direkt Franzosen sind, dass die es ein bisschen schwer haben oder es kommt ihnen zumindest schwer vor, in ihrem beruflichen Leben und ihrem normalen Leben in Frankreich zu leben, weil die Stimmung doch etwas umgekehrt ist und so kommen halt die einzelnen Familienteile nach und nach dazu auf die Idee, doch in ihren Anführungszeichen Heimatland zu emigrieren und Frankreich zu verlassen und als das bekannt gegeben wird, ist dann auch wieder so eine Enthüllung wie beim letzten Mal, in dem letzten Film, da ist es so, dass natürlich die Schwiegermutter von allen, also die Marie, die möchte natürlich nicht, dass jetzt ihre ganzen Töchter mit ihren Schwiegersöhnen und vor allem ihren Enkeln nun ins Ausland geht und sie ihre Enkel nie wieder sieht und so kommt es dann dazu, dass Monsieur Claude und seine Frau versuchen, dieses zu verhindern, indem sie das Ganze ein bisschen abspenstig machen und Frankreich wieder ganz, ganz toll darstellen, damit sie alle hierbleiben wollen. Vive la France! Vive la Revolution! Ja, das ist eigentlich so der Film, ich will mal nicht zu viel verraten, wer Teil 1 kennt, kann sich schon denken, in welche Richtung das ungefähr geht, welche Wortgefechte sich da ergeben könnten, welche Themen da aufgemacht werden und ihr, nochmal kurze Frage, also ihr kennt beide den ersten Teil, ja? Ja, den ersten Teil sind wir doch auch in der Sneak. Ja, ich war mir nicht sicher, ob da jetzt alle von uns anwesend waren damals. Ja. Und wie fand ihr jetzt so den zweiten? Schweigen im Walde. Ha! Ha! Er war politisch ziemlich daneben. Er war politisch inkorrekt. Das war der erste auch schon, ja. Natürlich. Und ähm ja, ich fand ihn lustig, also ich fand ihn jetzt nicht so mega modsmäßig lustig, dass man die ganze Zeit mit Pippi in den Augen dran hockt, also mir ging es, weißt du auch, von der Lustigkeitskategorie ging es mir nicht so, wie dem Erik bei die Tausend Glotzböbel vom Doktor. Ha! Der ja quasi unterm Sitz lag in seiner eigenen Tränenlache. äh, sondern es war, ich fühlte mich gut unterhalten. Und saß trotz alledem ein paar Mal dran und hab gesagt, oh, das haben sie jetzt nicht gemacht und oh, das hat er nicht gesagt. Und und war eigentlich die meiste Zeit des Films davon beeindruckt, an was für einem riesigen, tollen Käse, Monsieur Claude, also an was für einen schönen Camembert, er da rumgeschnitten hat. Das hat mich fertig gemacht, weil ich gesagt habe, sowas wie ich auch, kriege ich gar nicht einen Kühlschrank hier, aber soll ich mich auch haben. Und das hat mich dann teilweise mehr beschäftigt wie der Film. Also es war nett, nett anzusehen, eine nette Tiefgründ, nicht tiefgründige äh, französische Komödie. Ja, Kate möchte nichts sagen, gut. Ja, doch, der war schon ganz süß. Ja, der war schon witzig und lustig, aber auch, wie der Christian sagt, man hat ja halt mal kurz immer wieder den Moment von wegen, das hat er jetzt nicht gesagt. Und das ist halt, ja, aber das können, das können die Franzosen, die Franzosen ganz gut und die französischen Filme, die nehmen da manchmal auch kein Blatt von den Mund. Ähm, ja, ich fand die nicht so stark wie den ersten, ich fand den ersten Teil besser. Ähm, aber trotzdem, äh, schöne, lustige Geschichte. Die ein oder andere Zeitgeschichte hätte wegbleiben können, meiner Meinung nach, die war nicht nötig. Und, ja, ansonsten, ja, süß. Ja, ich fand den, den ersten schon, ähm, ziemlich gut und ich fand es auch wichtig, dass so ein, so ein Thema auf die Leinwand gebracht wird. Also, in Frankreich geht man ja, gehen ja die meisten noch sehr, sehr viel lieber ins Kino. Also, dort funktioniert das ganze Thema Kino noch etwas besser. Da, äh, fast, fast wöchentlich gehen da die Leute ins Kino, während hier, okay, von uns jetzt mal abgesehen und von einigen Kino, Kino Freaks, ja, aber guck mal, die normalen Leute an, wenn ich bei mir auf Arbeit frage, die sagen, ja, ich war das letzte Mal im Kino bei Avatar oder so, ähm, oder bei Titanic manche. Ja, das ist doch dann auch nicht normal. Ja, das ist auch nicht, aber ich sag mal so, die große Mehrheit, ich kenne jetzt die, die aktuellen Besucherzahlen nicht, also ich glaube, die Kinos leben größtenteils von Kinofreaks wie uns, während die normalen, ja, die normalen Besucher dann eher mal zu irgendwelchen großen Eventfilmen, mal sich ins Kino bequemen und da mal irgendwas gucken. Und in Frankreich geht man halt viel häufiger und gerade da, ähm, als eine ziemlich rechtsgerichtete Regierung an der Macht war, fand ich es halt gut, dass sich die, die Kunstszene, sprich auch Kino und Film, ähm, sich auch so ein bisschen dieser Themen angenommen hat, so nach dem Motto, ja, wie zum Beispiel damals eben aus dem Barne-Lieu den, den Herrn zu nehmen, der dann den, den Waisen pflegt hier bei ziemlich beste Freunde oder auch, ähm, eben Monsieur Claude, wo, wo jemand da über seine Vorurteile mal, ja, quasi, wo er am Beispiel lernt, dass es eben doch vielleicht nicht ganz so ist, wie er dachte. Und das finde ich halt extrem gut, dass das so angepackt wird. Ruhig auch mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen hart formuliert auch, dass man sagt, hoho, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt oder so. Aber, ey, genau das ist es doch, wenn, wenn sich Leute normal unterhalten, da wird auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und, ich meine hier, man weiß ja, wie es, wie es gedacht ist. Das ist ja jetzt nicht so. Und wenn, dann geht es hier gegen alle, wie damals der Drill Sergeant bei Full Metal Jacket, ne, äh, für mich seid ihr alle gleich, für mich seid ihr alle gleich scheiße. Also, wenn, dann geht es in alle Richtungen, das ist dann auch wieder fair, fand ich. Ja, wobei, also, wie gesagt, so arg viel, außerdem Käse bleibt halt von dem Film bei mir auch wirklich nicht hängen, bleibe ich dabei. Was ich da aber noch sagen möchte, ist, Schauspielerin Julia Piaton, Julia Piaton, für alle, die jetzt googeln, Julia Piaton, ähm, die, die, ich habe jetzt Bilder von ihr nochmal gesucht und alles mir das angeschaut, also, sie hat tatsächlich schon noch eine andere Ausstrahlung auf manchen Bildern, ich fand die ganz arg gruselig in diesem Film, weil das sah so aus wie, wie ein Schädel und da einfach nur Haut komplett drüber gezogen und nach hinten straff gezogen und, ich weiß nicht, ich fand auch die Schminke bei ihr, ich fand die sehr, sehr seltsam. Wer war das? War eine von den Töchtern, oder? Eine von den Töchtern, ja. Ich weiß gerade nicht, wen du meinst. Die, die in Arabisch, nee, Jüdisch lernt. Ach, die, ja, okay. Die fand ich gruselig, die fand ich richtig, Entschuldige, muss ich ehrlich sagen, die fand ich gruselig. Ist jetzt nicht so, wie Erik, deine Abneigung gegen die eine belgische Schauspielerin? Ist wieder alte Wunden aufgerissen. Ja, natürlich, meine ich immer gerne. Jede Woche. Ja, Gott, wie heißt die belgische Schauspielerin? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es auch vergessen. Das ist schon mal gut. Hoffentlich kriegt sie keine Rollen mehr, oder so. Jolande Moreau, kann das sein? Ah, ja, ja, doch. Jolande. Jolande. Ja, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Und alles nur, ja, so arg viel bleibt, glaube ich, von Monsieur Claude nicht hängen. Der erste Teil war schon erfrischender, witziger. Es war halt eine Fortsetzung. Und ja. Oh, die hat aktuelle Filme am Start. Oje, oje. Aber wenn du dann so guckst, hier in die Wertung, so 4,8, 5,9, also der Film jetzt, ne? Oh, hier, Rebellen. 2019, Rebellen. Oh, Achtung, Erik, ein Schnall. 6,4 von 10. Die spielt doch nie in guten Filmen mit. Also ich hab ja so eine Theorie, wenn manche, manche Darsteller irgendwo mitspielen, dann ist es per se erstmal ein ganz guter Film. Aber bei der ist es eigentlich so, die spielt eigentlich immer, außer jetzt bei die fabelhafte Welt der Amelie, die spielt eigentlich immer einen Scheißfilm mit. Okay. Ja, zumindest neuerdings. Naja. Nee, mir hat das sehr gut gefallen. Vielleicht ist das auch ein bisschen meine französische Ader da drin. Mir hat auch sehr gut gefallen, wie jetzt teilweise, ja, die Personen, die jetzt zum Beispiel der Algerier, der ja, wahrscheinlich war der ja noch nie in Algerien selber, hat aber irgendwie, oder hat zumindest mal seine Eltern besucht, aber ist eigentlich in Frankreich aufgewachsen. Was der so für eine Vorstellung von Algerien hat und so nach dem Motto, ja, da ist ja hier die Revolution gerade und die Frauen mit Bikini und so. Ich meine, ganz so weit ist er dann doch noch nicht und da war es vielleicht auch ganz gut, dass die da nicht hingefahren sind. Und ja, schön viele Sachen, schön viele Vorteile rausgekehrt und lustig damit umgegangen. Ein toller Film. Also jetzt gerade so in dieser frühlingshaften Zeit, wenn dann vielleicht bald so die Sommerkinos kommen so Open-Air-Kinos, das ist eigentlich da, der Film, den sollte man da... Da geht es, da passt es ja. den sollte man da buchen, das ist echt lustig. Aber ich wundere mich immer über Christian Clavier, der hat ja, hat er in einem von diesen alten Realfilmen hat er den Asterix gespielt, der hat keinen Sinn zugelegt. Ja, aber der ist halt auch alt geworden. Aber der ist cool, ich mag den. Ja. Monsieur Claude 2, ich gebe jetzt mal Punkte, ich glaube, ich habe acht Punkte, ja. Ich gebe ihm sieben. Du hast acht hier am Facebook. Habe ich ihm acht gegeben? So im Nachdenken gebe ich ihm aber sieben. Okay. Der Chris hat sieben. Das ist das bei mir auch runtergegangen. Nee, ich habe inzwischen auch sechs, ich habe auch nach unten. What? Ja, what? Verliert wohl bei euch in der Nachbetrachtung hier. Ja, irgendwie schon. Also ich trage es mir hier ganz kurz ein. Sieben, sechs, acht. Okay. Das ist nachher einfacher, wenn ich den Beitrag schreibe. Wenn wir einmal hier bei der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe sind, wie sieht es denn da aus mit dem Hinweis für morgen, Chris? Der Sneak für den 1. April ist die Sneak Nummer 994. Was? 1. April? Weißt du was? Wir sollten die Sendung erst morgen veröffentlichen und irgendeinen Scherz am Anfang machen. So nach dem Motto, ja, wir hatten hier Avengers hier in Endgame in der Sneak Preview. Hallo? Nein, viel besser, den neuen Star Wars hatten wir schon. Das ist ja unrealistisch, aber Avengers könnte ja fast sein, weil der läuft ja jetzt bald an. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Das ist überhaupt kein Problem. Der Tipp für die Sneak Nummer 494 lautet immer dieser Tarzan. Ja, und ich glaube, der einzige Tipp, den es gibt, kommt von mir, oder? Richtig. Möchtest du ihn selber sagen? Achso, ja, ich habe getippt Niemandsland, The Aftermath. Und zwar hat nämlich der eine Darsteller, der da mitspielt, der hat nämlich mal den Tarzan gespielt in der letzten Tarzan-Verfilmung. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Der Jason Clarke. Ich habe jetzt einen Zubbock auf den Film. Wenn der echt kommt, da habe ich eine Zubbock drauf. Es gab einen kleinen Fauxpas von unserem Kino, die haben aus Versehen im Programm schon mal einen Titel veröffentlicht. Wir verraten aber jetzt nicht, ob der das war. Ja, aber das könnte ja auch in April-Fast gewesen sein. Ich weiß es nicht. Könnte auch, ja. Wissen wir noch nicht. Werden wir sehen. Spätestens morgen Abend wissen wir mehr, ob mein Tipp stimmt. Es hat zumindest niemand anders getippt. Vielleicht sagen alle, ja, Erik hat wieder mal recht. Müssen wir eingestehen. Wenn du recht haben solltest, soll ich es dann sagen, Erik hat mal wieder recht. Da werden alle sagen, oh, das hat er nur im Internet gelesen. Das stand ja da. Falls das da stand. Naja, gucken wir mal. Ich meine, es sind zumindest mal ein paar gute Darsteller dabei. Und bei IMDB, gut hat er immerhin mehr Punkte als jeglicher Film, den Jolande Moreau zuletzt gedreht hat. Und Cara Knightley sieht man hier auf dem einen Bild in der Badewanne sitzen. Guck dir mal den Trailer an und dann reden wir nochmal. Vielleicht. Oh mein Gott. Komm mal zu den gesehenen Filmen. Der Chris war im Kino. Der Chris war im Kino. Stell dir mal vor, der Chris war im Kino, weil... Ohne mich? Ohne alle von euch, weil das kann der Chris auch alleine. Es war sehr schön. Ich war ganz alleine im Kino, sonst keiner privat. Nein, sowas natürlich nicht. Ich war im Kino und zwar gab es vor kurzem, ich muss ja die Geschichte dazu vielleicht auch noch erzählen, es gab vor kurzem hier eine Sondersendung zum Film Manu Flick Flink, wenn wir uns erinnern, wo ich auch mit dem Erik ein ganz tolles Interview hatte. Also Erik hat geredet und ich saß dran. Ja. Ja. Du warst beeindruckt. Ab und zu auch mal ein Haha kam vielleicht auch noch. Genau. Und im Nachklapp außerhalb des Mikros, als das Mikro dann schon aus war und alles, habe ich noch kurz mit den beiden Regisseuren vom Film gesprochen und habe gesagt, hey, ihr müsst in die Schulen mit dem Film. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Und ja, wie es da Zufall so wollte, es kam ein Schreiben zu mir an die Schule, eine Kollegin hat das bekommen. Rüschbar Post? Ja. Wow, diese neuen digitalen Unternehmer. Nein, nein, natürlich. Ach so, per E-Mail war doch, okay. Ich glaube per E-Mail, also irgendwie, also irgendwas kam auf jeden Fall und ich habe dann halt, weil ich darf das ja alles genehmigen und freigeben und habe dann die Frage gehabt, ja, oh, welchen Film schaut ihr euch an? Da kam Manu Flinkflink und ich so, wunderbar, ich bin die Begleitperson auf jeden Fall. Ich kenne die, ich kenne die. Ich kenne die, weil das wurde auch angekündigt mit Regiegespräch und ja, was soll ich sagen, Chris und Andrea waren beide wirklich da und haben sehr fleißig nach dem Film Fragen beantwortet. Muss ich noch erklären, worum es bei Manu geht? Ja, oder? Kurz. Du hast ihn ja jetzt gesehen, jetzt müssen wir ja zumindest mehr, ne? Genau, Manu ist ein kleiner Vogel, ein kleiner Mauersegler, der aufwächst bei Möwen. Also die Möwen haben irgendwie ein Eierlegproblem und dann rutscht da quasi Manu, krabbelt ins Nest und wird dann adoptiert und Mauersegler Möwe sind natürlich zwei Welten, die aufeinander treffen, was allerdings in dem Fall ja, dann doch ganz gut funktioniert, also am Anfang noch funktioniert und er kriegt dann auch einen Bruder, weil es doch noch klappt mit dem Eierlegen und es geht dann einfach so ein bisschen um die Geschichte von dem kleinen Manu, der sich da dann durchschlägt, erstmal in der Welt der Möwen, dann geht halt auch was schief und er freundet sich dann auch zeitgleich noch mit ein paar anderen Mauersegler an und Mauersegler und Möwen sind jetzt nicht so die besten Buddies, also ach ja, das wird immer nur so Nase gerümpft über die anderen und ja, was soll man sagen, es entwickelt sich daraus halt eine kleine Liebesgeschichte natürlich noch und halt wirklich dann die Geschichte von dem Manu, wie er im Endeffekt auch noch zum Retter seiner Familie wird. Und mit welcher Altersklasse warst du da drin? Also wir waren drin mit 5. und 6. gestern, also die sind dann so 11, 12. Ah, okay. Und da muss ich schon sagen, habe ich mir am Anfang schon ein bisschen so überlegt, so ja, das ist aber dann schon wirklich die oberste Grenze, also manche saßen drin, und wurden explodiert was. Die haben da schon so eine andere Vorstellung auch, wahrscheinlich schon anderes gesehen. Also wie gesagt, ich fand das schon wirklich die obere Grenze. Das ist wirklich dann... Für kleine, ja. Für eher, eher dann für kleinere und ja, ich muss sagen, animiert hervorragend. Also von der Animation brauchen sich da die Lux Studios vor keinem zu verstecken. Absolut niemand. Also das war, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir Christian und Andrea kennen oder da schon im Interview waren. Nein, das ist wirklich richtig cool animiert. Also das Wasser allein oder wenn es regnet, das sind Sachen, das sind so kleine Details bei einem Auffall, wo man denkt so, boah, saustark. Ich fand, witzig fand ich Dodo Kai Dodo Kai in seiner Rolle als Parzival, wobei ich da auch fand, das wirkte manchmal ein bisschen gestellt und das kann natürlich sein, okay, kann die Rolle sein von Dodo, aber ja, ich fand es halt schön mit diesem Schwäbischen und was willst du von mir? Ich kann nicht einmal fliegen. Einfach großartig. Also das war, oder wie er als erste Szene mit ihm, wo er durchs Dorf fährt mit Hallöle oder Hallo, Hallo Freunde, Freundler. Also das war schon ganz cool und im Original ja gesprochen Kate Winslet, die Blanche, die kleine Mauerseglerin und Willem Dafoe, Eve und Manu wird von Josh Keaton im Original gesprochen, im Deutschen von Friedrich Mücke, Khalifa wird von Cassandra Sten gesprochen. Also es sind schon ein paar Bekannte dann auch noch dabei, Bekannte Namen einfach auch dabei und ja, es ist wie gesagt eher was für die Kleinen meiner Meinung nach, es ist saugut animiert, ab und zu fand ich so ein bisschen, jetzt könnte er noch ein bisschen mehr Drive bekommen, ich weiß nicht, ob ich den Song in der Mitte gebraucht hätte, der war sicher nicht, ja, die Vögel singen, natürlich, das ist ein Singvögel auch, also bitte. und das war, ja, die Idee dahinter war auch witzig und da weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, das ist ja wirklich so ein bisschen fast schon jammern auf hohem Niveau, aber da weiß ich nicht, ob man eigentlich das wirklich im Film gebraucht hat oder ob man sagt, okay, jetzt hauen wir noch mal raus, was wir von der Animation her alles darstellen können, so ein bisschen und auch nach dem Motto, hey, so ein Film, der braucht auch einen guten Titelsong und alles singt den Kassandra Steen, oder? Ich glaube, nee, nee, noch nicht mal, oder? Jetzt muss ich überlegen. Oh, jetzt fragst du mich Sachen, Achso, nee, ich wollte dich jetzt nicht in der Kredoje bringen, aber ja, ich dachte, okay, also, ich habe mir schon gedacht, dass da was für kleinere ist, ich wollte ja auch mit meinem Kleinen da reingehen, hat bloß jetzt irgendwie nicht geklappt, ich habe ihn mal hier vorbestellt auf Amazon, da wäre ich dann mal die Blu-rayen mal einen Augenschein nehmen, wenn der dann kommt, dauert aber noch ein Stück. Dauert noch ein bisschen wahrscheinlich, ja, weil er ist ja noch, ist er noch im Kino, ich glaube, er läuft noch im Kino. War da so ein bisschen lehrreich dann auch, ist so ein bisschen was, ich höre da sowas raus, so von dem, ja, so ein bisschen, ja, Vorurteile überwinden und sowas, oder? Ja, es ist schon, also, ganz, ganz viel, es geht wirklich um diese Vorurteile, es geht ein Stück weit auch um Rassismus, kann man auch wirklich mit reinnehmen, äh, wirklich viele, viele Punkte, Familie natürlich auch dann völlig veraltetes Familienbild und Frauenbild und, und, und Gesamtbild von, von der heutigen Familie, das wird schon transportiert, wie sich da auch der Wandel einfach ergibt und dass es dann doch sinnvoll ist, wenn man die Stärken der anderen mit benutzen kann und dass, dass es allen einfach besser geht. Und das fand ich schon, ne, deutlich, dass es auch deutlich hervorkam, also, moraltechnisch auf jeden Fall, was drin, storytechnisch, ja, vielleicht, ein bisschen dünn, manchmal, aber animiert halt echt cool, also wirklich, wirklich cool, da kann man nichts sagen. Ich meine, das ist halt immer so eine Frage für die, für die Zielgruppe, ich meine, du kannst sowas machen wie, wie, wie Shrek, wo dann zum Beispiel die, die Kinder finden es halt niedlich, so die Figuren und so, und die Erwachsenen, die lachen halt über diese doppeldeutigen Witze, die, die man erst versteht, wenn man ein gewisses Alter dann hat oder so. Ja, wobei, da waren teilweise keine wirklich doppeldeutigen Witze eigentlich drin. und wir haben trotzdem dann gelacht. Genau, ach so, ja, das meine ich, hast du gerade bei diesen, ja, bei diesen in Anführungszeichen Kinderfilmen hast du das halt häufig nicht, weil das ist halt viel Aufwand. Also, ich saß halt da neben der Kollegin und dann haben die Vögel angefangen so zu schnabeln und zu schnäbeln und ich meinte dann, pass auf, die Vögel gleich. Und dann war natürlich, ja, ich weiß, nicht sehr erwachsen, aber das ist okay in meinem Job. und ja, wie gesagt, ist ein schöner Film, ein relativ ruhiger Film, bis die halt dann die Ratten kommen, die ich echt eklig fand, aber okay. Und, nein, ich würde, wenn ich ein Kind hätte, würde ich auf jeden Fall mit reingehen. So, bis Klasse 5, ab da wird es schwierig, meiner Meinung nach, aber das muss jeder selber entscheiden. Wie gesagt, Manu flieg flink, ich kann ihn so weit empfehlen, da macht man nichts falsch. Der läuft ja gar nicht mehr im Kino. Er läuft nicht mehr? Nee, ich glaube, der ist durch. Ist ja auch schon ein paar Wochen, war der Kinostart. Im Bali-Kinokalast läuft er noch. Kinopalast Bali. Also man muss schon sehr genau gucken, ob man den noch irgendwo findet, wenn man den gucken möchte. Ja. Ansonsten vielleicht, ich gucke gerade mal, wann der, bei Amazon irgendwas drin steht schon, wann die Disc dann erscheint fürs Heimkino. Manu, flieg flink, da steht es schon. So, hier steht 29, ach so, doch relativ nah hin, also 29. August steht bei Amazon drin, als deutscher Starttermin für die Disc. Ich glaube, das kann man sich vormerken, dann kann man da mal reinschauen, wird es dann bestimmt auch irgendwann mal im Stream geben oder dann irgendwo in einem Fernsehnlauf, auf Skype. Und was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass in meinem Büro, in der Schule, hängt jetzt ein original unterschriebenes Plakat von Manu flieg flink. Ja, gut. Das hängt dort, ja. Von Manu unterschrieben. Nein, nicht von, fast, von den, von den Erschaffern von Manu. Jo, wir drücken den. Kann ich noch Punkte geben? Ja, sag mal, Punkte. Ich gebe ihm tatsächlich, aufgrund der, der coolen Story, also nicht der coolen Story, der coolen Animation und allem, hiefe ich ihn auf acht Punkte hoch, acht von zehn, weil ich ihn wirklich schön fand. Also da, wie gesagt, für kleinere, in der Kategorie Kinderfilm. Kinderfilm, ja. Weil da gibt es auch viele unerträgliche Sachen in dieser Kategorie, ne? Ich spreche da aus Erfahrung. Da gibt es total viel unerträgliche Sachen, wenn ich das sehe, was da soll. Ja, Manu flieg flink. Ich habe noch einen Film geschaut, wir haben nämlich eine Rezensionsdisc bekommen, die könnt ihr auch gerne noch gucken, wenn ihr möchtet, falls ihr die Zeit findet. Steht großes, großer Button drauf vom Regisseur von Wie werde ich ihn los in zehn Tagen und Miss Undercover. Ist ja schon mal, ja. Also Wie werde ich ihn los in zehn Tagen, war ja ganz okay. Miss Undercover war ja ziemlich lustig. Mit, ähm, ringsher, ja, bist schon. Und hier ist der Film, der heißt Ein Rezept für die Liebe, was damit eine wortwörtliche Übersetzung ist vom Originaltitel, der heißt nämlich Little Italy. Was nämlich das Stadtviertel ist, in dem das Ganze spielt. Die Hauptrolle spielt Hayden Christensen und, ähm, die zweite Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle, natürlich, wenn ein Rezept für die Liebe, ist natürlich eine weibliche Hauptrolle notwendig, spielt Emma Roberts und ein paar von den Nebencharakteren, die kennt man auch so ein bisschen vom, vom Sehen her. In dem Film geht es darum, dass, ähm, Emma Roberts und Hayden Christensen, die kennen sich seit Kindertagen und die sind da in diesem italienischen Viertel, in Little Italy, aufgewachsen, was aber jetzt nicht irgendwo in New York ist, sondern ich glaube, das ist irgendwo in Kanada, wenn ich mich jetzt recht, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo in, äh, Toronto oder irgendwo, also in irgendeiner großen kanadischen Stadt gibt es dieses Viertel. und da sind die aufgewachsen und haben schon als Kinder immer zusammen rumgehangen und Fußball gespielt und so weiter, hey, sind Italiener, klar spielen die Fußball, ähm, haben zwar null Skills da, was man auch sieht, irgendwie so nach dem Motto, hey, komm, ihr müsst Fußball spielen, ihr müsst so tun, als ob ihr das könnt, ne, also, und, ähm, ja, und sie, äh, steht wohl immer gerne im Tor und so und ist da wohl auch der große Bringer, man sieht aber, dass sie eigentlich gar nichts kann da am Tor, aber egal, jedenfalls, ähm, macht dann der Film einen Sprung und man sieht dann, wie sie, wie sie dann groß ist und in einem fancy Restaurant in London bei so einer ziemlich, ja, seltsamen Chefin, die so ziemlich furchtbar ist, so, macht sie so eine Art Ausbildung und die Chefin sagt so, wie so Hell's Kitchen mäßig, so, ja, es kann nur einer von euch jetzt hier, äh, weiterkommen und wer von euch weiterkommt, der darf in meinem, in meinem Restaurant, was ich neu aufmachen werde, ähm, darf dann quasi der, der Chefkoch oder die Chefköchin sein, da gibt's natürlich dann so einen Rivalen und jeder von denen bekommt eine Aufgabe, er soll nämlich ein, ein neues Menü zusammenstellen, was es so irgendwie noch nicht gibt und welches Menü sie da am meisten begeistert und überrascht und angetan ist davon, dass derjenige oder diejenige gewinnt dann und dieses Menü wird dann auch gleich mit in dieses neue Restaurant mit übernommen. ein kleines Problem ist nur, dass, äh, um in diesem Restaurant arbeiten zu können, muss, äh, Niki, so heißt die Hauptperson, gespielt von Emma Roberts, muss ihren, äh, muss ihr, muss ein Visum beantragen, ein Arbeitsvisum und dazu muss sie wieder mal nach Hause in ihre alte Heimat, weil das dort quasi am, am Geburtstag oder an dem, an dem Ort, wo sie eigentlich gemeldet ist, äh, beantragt werden muss und sie hat da irgendwie so zwei, drei Wochen Zeit, äh, um das zu machen und sie kommt dann quasi wieder nach Hause, da wo sie herkommt und da hat sich irgendwie so gut wie nichts geändert in dem Viertel und es ist auch so, dass ihre Eltern, ach so, das Wichtigste habe ich noch vergessen, nämlich, ähm, ganz, ganz früher, das erfährt man in dieser Rückblende, haben beide, beide Elternteile, also sowohl ihre Eltern als auch seine Eltern, eine Pizzeria zusammen gehabt und irgendwann haben die sich mal verkracht und haben quasi nebeneinander zwei Pizzerias aufgemacht und, ähm, bekriegen sich seitdem und das ist dann so ein bisschen halt Romeo und Julia mäßig und es gibt in dieser, in diesem Stadtviertel da immer so ein, so ein Wettbewerb auch, wo man so, wo die beste Pizza gewinnt und sowas und darauf läuft es dann auch hinaus, dass dann wieder beide bei dem Wettbewerb teilnehmen und, ja, ich will mal nicht, Ich habe so das Gefühl zu wissen, auf was der Film hier ausläuft. Ja, Ich habe eine ganz wichtige Frage, Erik. Ja, ist sie ein Bad Girl oder? Nein, ist sie ein Good Girl? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, weil die, die sind ja dann beide, fassen sich da nicht gerade mit Samthandschuhen an, weil er muss ja dann für seine Pizzeria mit antreten und sie muss für ihre und so weiter und dann, ja, die Eltern noch. Ich fand's, ähm, ja, ich fand's ein bisschen bezeichnend, dass eigentlich die, die coolsten und besten Szenen eigentlich so die Älteren und Großeltern von den beiden haben. Also die beiden, Hayden Christensen und, äh, Emma Roberts haben ja sowas von Null Chemie. Also ich, ich weiß nicht, wie man da einen Liebesfilm mit den, mit den Zweien da irgendwie machen konnte. Also das war für mich völlig unglaubwürdig irgendwie. Äh, dann war die, die Story total wirr erzählt irgendwie. Also, man musste schon, äh, man musste schon sehr viel, ja, sehr viel, äh, sehr viel mitbringen, sehr viel Geduld mitbringen, um das Ding durchzustehen. Ich hätte das, wenn das jetzt im Sky gelaufen wäre, hätte ich es schon ein paar Mal ausgemacht. Aber vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe. Hey, ich bin vielleicht doch, ja, weiß nicht, ich hätte lieber was mit Explosionen gesehen oder so. Ähm, ja. Dass eine Pizzerie ja explodiert, oder was? Ansonsten, es waren halt so viele dusselige Szenen drin, wie zum Beispiel, wo die beiden sich dann halt wiedersehen, weil sie kommt ja dann zurück in ihre alte Heimat und sie trifft ihn, der hat sich natürlich so gut wie gar nicht verändert, also der ist ja immer noch da in seinem Viertel geblieben und ja, und dann spielen sie natürlich Fußball zusammen im strömenden Regen und so und sie steht im Tor und das siehst du schon, so wie sie da steht, sie kann gar nichts, sie kann gar nichts, sie steht da irgendwie 20 Meter vorm Tor und der lupft da einfach oben drüber, also wenn sie jemals im Tor gestanden hätte, hätte das funktioniert, egal. Ähm, da waren halt so viele so ärgerliche Szenen drin, aber die, die besten Szenen hatten wirklich dann so ihre Eltern und Großeltern, da sind coole Sachen passiert, dann so ein paar Nebenstränge, die waren eigentlich ganz, ganz nett und dann auch wieder mal so ein paar, paar überraschend coole Sachen, wo man dachte, boah, das, ähm, ja, da filme ich jetzt mal ein bisschen positiv überrascht, äh, da gehen zum Beispiel die, die beiden Familien, die, die Großeltern arrangieren dann, dass sie sich mal auf neutralem Terrain treffen, weil jedes Mal, wenn die, wenn die sich irgendwo begegnen, gibt's riesen Zoff und Ärger und Streit und, und, äh, lautstark und so weiter und dann laden die unter einem Vorwand die in irgend so ein, äh, indisches Restaurant ein, da sind überall so Kamasutra-Bilder an der Wand und so, völlig suspekt und der, und dann sitzen die alle da drin und dann kommen die anderen mit dazu und dann, äh, können die sich natürlich da auch nicht streiten auf diesem neutralen Terrain und es eskaliert dann aber trotzdem, also das waren dann wieder so Szenen, wo ich dachte, ja, eigentlich hätte der Film Potenzial gehabt und der hatte auch eigentlich alles, was man so für das Rezept gebraucht hätte, damit es funktioniert, der Film, aber irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da schiefgegangen während dem Kochen, also für mich hat das Ding nicht gezündet, es war, es war, ja, ein bisschen gepflegte Langeweile, ähm, ja, weiß nicht, ja, ich guck grad hier, ich dreh grad hier das so rum und rum hier, aber ich find auch nichts mehr dran, rein von den Bildern oder von der Erzählung her, wo ich sagen würde, es wird bestimmt, ähm, auf Blu-Ray oder irgendwo im Stream wird das bestimmt ein paar Klickraten erzeugen, weil das Cover sieht ganz nett aus, also, so, wer, wer sich für so eine romantische Komödie interessiert, wird auch beworben mit eine köstlich verspielte Feel-Good-Komödie, gespickt mit viel Leidenschaft und feuriger Pepperoni, äh, steht hier drauf, hm, ne, ich weiß nicht, dann hab ich gedacht, ich guck mir mal noch ein bisschen so die Extras durch, vielleicht, erfährt man da noch ein bisschen was, nö, gibt's nur einen Trailer und jede Menge andere Trailer für andere Filme, ach, äh, das war ja das Beste, ne, äh, bevor, ich kenn das ja nur von Videokassetten, ne, ähm, damals noch, da konntest du ja, da kam ja am Anfang immer Trailer und du musstest dann halt spulen bis zum eigentlichen Film und jetzt machen sie das anscheinend schon so richtig auf Kauf, Blu-Rays, dass sie da auch so nicht überspringbare Trailer haben, ne, also, da kommt, da kommt so ein, so ein Trailer und du merkst, oh, was ist denn das für ein Rotz, oh, äh, Skip geht nicht, Scheiße, Menü geht nicht, zack, drückst die falsche Taste, bist du wieder raus, wirfst die CD aus, schießt sie wieder rein, fängt der Trailer von vorne an, also, da kam, ey, unsäglich miese Trailer kamen da für andere Filme, wo ich dachte, um Gottes Willen, ich muss mir die Titel merken, dass ich die ja nie angucke, oh, die waren so schlecht, ey, es waren aber auch alles so, äh, ja, so betont, ja, wir machen jetzt mal so ganz auf romantisch und irgendjemand wird das schon gucken, ne, puh, oh, waren die schlecht, ey, puh, also die anderen jetzt, also dem Film hier, ich weiß nicht, gebe ich halt eine durchschnittliche Wertung, war halt, hatte ein paar nette Szenen, war aber jetzt nichts herausragendes, irgendwie, ich glaube, meiner Frau hat es noch ein bisschen besser gefallen, aber auch nicht so wahnsinnig toll, ähm, ich glaube, ich gebe mal 5,5, wenn ich unsere beide Wertung zusammen nehme, ein Rezept für die Liebe, hast du zusammengezählt oder zusammengezählt durch zwei? Durchschnitt, Durchschnitt aus den beiden gebildet, ähm, eine, ja, eine köstlich verspielte Komödie, wer es auch gucken möchte, kann gern mal einen Kommentar schreiben und reinschreiben, Pizza, oder auf Twitter mit Hashtag Pizzakino, Hashtag Pizzakino auf Twitter, jeder, der da mitmacht, äh, kommt in den Topf oder einen Kommentar auf kinokass.net schreiben, da kann diese nur einmal gesehene Blu-ray gewinnen mit Trailern drauf für tolle andere Filme. Ja, ähm, vielen Dank an den, an den Verleih für das Bereitstehen. Reden wir mal noch über eine andere Blu-ray, die erschienen ist, oder? Gerne. Ähm, die 1000 Glotzböbel vom Doktor Mabuse. Ich würde mal sagen, das Doktor Mabuse. Die 1000 Glotzböbel vom Doktor Mabuse. Eigentlich musst du das sagen, genau. Ähm, ich hab tatsächlich mal reingeschaut, die kam ja jetzt vorgestern, glaube ich, oder? Vor, vorgestern? Ja. Noch nicht lange her. Hab mal so versucht, so ein paar Unterschiede zu der Version raus zu erkennen, die wir in der Sneak Preview hatten. Was ich zum einen festgestellt habe, war, dass jetzt tatsächlich ein cooler Score drunter liegt, weil wir hatten manche Szenen, da war eigentlich nur Gespräch oder Sprache oder irgendwie die Geräusche und da lag jetzt schon richtig so ein Drum and Bass Score. Das hat er ja, glaube ich, auch im Interview gesagt, dass das noch kommt. Ja. Fand ich ziemlich gelungen. Also gerade auch in dieser Anfangsszene mit dieser mit dieser Autoverfolgungsjagd und ich musste schon wieder sehr lachen, wo da die Sneak habe. Ich habe dann aber erst mal so durchgespult, weil ich hatte keine Zeit, den ganz zu gucken. Am Schluss fand ich schön die, in Anführungszeichen, Outtakes, die dann so drin sind. Also, wo Dodo Kai sieht, wie er da so die Sachen einspricht und sich dann teilweise verhaspelt oder kommen irgendwie Nebengeräusche rein und er muss irgendwas nochmal machen. In dem scheiß Moped, das draußen freifährt. Genau, wir haben das Fenster aufgelassen. Ja. Und natürlich dann, dein Name steht drin, habe ich gesehen. Ja, richtig. Richtig. Es steht im Abspann, tatsächlich kommt Chris Bendl und Kollegen. Also, ihr beides seid die Kollegen in dem Fall. Achso, ich dachte, er meint deine Schule. Nein, 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 Chris Bendl und Kollegen. Ganz deutlich, weil das ist ja dadurch entstanden durch das nette Interview, was wir noch mit ihm hatten, nach der Sneak. Und das hat er sich wirklich zu Herzen genommen. es kommen Mitarbeiter vom Kino, stehen weiter oben auch im Abspann, aber halt tatsächlich. Moment, wieso stehen die weiter oben? Das verstehe ich ja. Ist ja wogisch, auf jeden Fall. Dafür nochmal vielen Dank, lieber Dodo, für das Aufnehmen. Wie gesagt, war es super Sache. Ja. Super Sache. Ich habe noch gar nicht nach den Extras geguckt. Ich glaube, das ist auch Making-Off, Bloopers, Kino-Trailer. Ja. Die Abtastung finde ich sehr gut von dem alten Material. Da hat er auch gesagt, die mussten extra dieses alte Material auch nochmal neu abtasten und so. Finde ich sehr gelungen. Also, die sieht richtig knackig aus, da diese, diese alten Aufnahmen da. Und hat mir gefallen. Ich werde es irgendwann definitiv dann nochmal in Ruhe gucken. Ich habe es auf jeden Fall jetzt erstmal hier. Vielleicht, wenn wir uns nächstes Mal wieder treffen, kann ich mir mal ein Autogramm hier auf meine Blu-ray geben noch. Das lässt sich einrichten. So not schickt man sie. Schwäbisch, synchronisiert vom Dodo. Was ich lustig fand, ich habe das auf Instagram gepostet, ein Foto von der Blu-ray und habe irgendwie so geschrieben, so der Tag, die Woche, das ist der Monat, das Jahr ist gerettet. Die DVD ist da, die Blu-ray ist da. Und da hat einer, ich nehme mal an, der kommt aus einem ausländischen Sprachraum, der hat es nicht ganz mitbekommen, hat kommentiert so, ja, Gerd Fröbe ist ein ganz, ganz toller Schauspieler. Also er hat es anscheinend nicht so richtig verstanden, dass das hier eher so, ja, dass es jetzt nicht weniger jetzt um den Mabuse-Film geht an sich, sondern, ja, aber egal. Cooles Ding. Habt ihr es schon geguckt eigentlich wieder? Nee, noch nicht. Nee, nur mal in den Abspann reingescrollt, habe ich bei dir gesehen. Genau, das war wichtig. Das fand man mir am wichtigsten. Auf jeden Fall, also die tausend Glotzböbel vom Dr. Mabuse könnt ihr jetzt kauf, käuflich erwerben auf dem Verkaufsportal eures geringsten Misstrauens. Gibt es auf Blu-ray und wahrscheinlich auch auf DVD. Ja, gibt es auch, aber ich sage nur, eine Verülkung der untersten Schublade. Ach so, hat irgendeiner kommentiert gehabt, ne? Ja. Aber, der hat das ja kommentiert, äh, Wochen, bevor die Blu-ray erschienen ist. Das heißt, der kann das ja eigentlich noch gar nicht geguckt haben oder hat es im Kino geguckt, aber ich meine, während Kino, wer jetzt nicht gerade in der Sneak sitzt, der den Film irgendwie, den der kalt erwischt, ähm, der weiß ja eigentlich, worauf er sich einlässt, oder? Ja, eben. Also, wir können es empfehlen, oder? Ja. Uneingeschränkt. Mal gucken, was man noch so alles empfehlen kann. Uneingeschränkt. Kino-Charts und Neustarts. So, bei den Charts. Platz 10, Ostwind 4, Aris Ankunft. Mmh, fällt ein bisschen. Ja, Platz 9, Rocker verändert die Welt. Achso, soll man abwechselnd machen? Nee, das haben wir noch nie so gemacht, dann machen wir halt, machen wir weiter. Nein, dann machen wir nicht. Rocker verändert die Welt, Platz 8, äh, Platz 9. Platz 8, Head full of honey. Ja, ich glaube, ganz übel. Ey, wieso ist denn der Platz 8? Ich habe da gelesen, von Handvoll Besucher in ganz Deutschland, wieso ist denn der in Stuttgart auf 8, verstehe ich nicht. Schiff, die alle von hier waren. Ich zweifle, ich zweifle hier an. Okay, Platz 7, äh, ist Drachenzähm, leicht gemacht, Teil 3, die geheime Welt. Platz 6, Green Book, eine besondere Freundschaft. Platz 5, Asterix und das Geheimnis des Zauber, jetzt fällt mir wieder ein, wo ich reingehen wollte. Ach, ich wollte am Wochenende ins Kino gehen, dachte ich, ah, nee, da kommt ja gar nichts. Ja, okay, scheiße. The Coming Race. Warst du gerade nur bei mir weg, oder? Nee, bei mir warst du auch weg. Okay, sagst du bitte nochmal Platz 4, weil der ist wichtig. Hallo? Du warst gerade weg, deswegen sagst du bitte nochmal Platz 4. Äh, warte, muss nochmal wechseln. Äh, Platz 4, Iron Sky, The Coming Race. Ja, Platz 3 ist Wir. Und Platz 2 sind die Goldfische. Platz 1 immer noch Captain Marvel. Juhu. Coole Sache. Also ich habe, ich sehe hier zwei Sachen, die ich noch im Kino sehen muss. Okay, ähm, kommen wir mal zu den Neustarts, Chris. Fängst du an, oder fäng ich an? Ich fang mal an, da kannst du den anderen machen. Ähm, Friedhof der Kuscheltiere, die Neuauflage kommt, Neuverfilmung von dem Stephen King, oder gut, Meisterwerk, bezeichnen die das hier? Hm, weiß nicht, der alte Film, wenn man den nochmal guckt, der ist nicht gerade ein Meisterwerk. Zum damaligen Zeitpunkt war der ja richtig gruselig, aber wenn man den jetzt guckt, äh, hat schon ganz schön gelitten. Ähm, ja. Ja, dann läuft an, Shazam, Entschuldigung, äh, also es läuft noch an, Shazam, äh, Shazam, in der humorvollen DC-Comic-Verfilmung erhält der Teenager, Biddy Batson, die Kraft, sich mithilfe des Zauberworts Shazam in einen Superhelden zu verwandeln. Also, wenn das jetzt morgen ein Aprilscherz war, dann hätte ich gern diesen Film in der Sneak. Warum? Wenn das anderen Aprilscherz war, ne? Ja, aber also, also der erste Trailer von Shazam sah so scheiße aus. Aber der zweite war besser. Aber es wird, denke ich mal, immerhin besser sein, man guckt sich so einen Superhelden-Quark an, äh, mit Zachary Levy, als irgendwas anderes da, was vielleicht wieder so sehr zweifelig ist. Ja, okay, weiter, next. Monsieur Claude 2 startet, habt ihr vorhin, ja, gemischte Kommentare gehört, würde ich mal sagen, ähm, bildet euch da am besten selber eine Meinung dran. Hier wird es bezeichnet als Fortsetzung der Culture-Clash-Komödie um einen konservativen Vater, seine Töchter und deren multikulturellen Männer ein Fest der Vorurteile und Fettnäpfchen. Den nächsten lassen wir raus, oder Dokumentarfilm, oder soll man trotzdem nennen? Okay, das wäre die Wiese gewesen. Äh, dann kommen wir nämlich zu Unheimlich perfekte Freunde, ein Familienfilm über einen ganz normalen Schüler, der mit Hilfe eines magischen Spiegels einen nahezu perfekten Klon von sich erschafft und in die Schule schickt. Da hab ich den Trailer gesehen. Und? Sieht witzig aus. Ja, sieht ganz witzig aus. Ja. Ja, Kinder- und Familienfilm ab sechs Jahren. Es gab Markus H. Rosenmüller. Gibt's? Oh, was? Markus H. Rosenmüller? Nee, das ist für mich ein Warnsignal. Das ist der Sommer der Gaukler hier. Oh nein. Sommer und Orange. Nee, nee, nee. Vorsicht, Vorsicht. Lasst euch nicht vom Trailer täuschen. Ich hebe Warn in die Hand. Wie man gut grad sehen konnte, ja. Aber, mir ist grad noch eingefallen, es gab so die derzeit mal eine Filmreihe, die hat fast ein ähnliches Thema gehabt. Es war ein russischer Film oder eine russische Filmreihe, die hieß Der elektronische Doppelgänger. Da ging's darum, also wurde gespielt von Zwillingen, und der eine war halt ein Android und der hat dann immer seinen Androiden da in die Schule geschickt und so und irgendwelche Wettkämpfe rennen lassen und sowas für ihn, weil der war natürlich super schnell und dann ganz toll. Vollrita startet noch. Malte Wirz setzt seinen Beziehungsreigen voll Paula mit seinem zweiten Film fort, der sich diesmal um Rita, die Kellnerin, aus dem ersten Teil dreht. Ich bin voll im Bilde. Klar, erster Teil. Ja, klingt voll gut. Voll toll, dass da noch so ein Film kommt. The Birds of Passage. The Birds of Passage, das im Thriller der Oscar-nominierten Macher von Der Schamane und die Schlange wird eine Stammesgemeinschaft in Kolumbien vom Einfluss des Drogenhandels zerrissen. Okay, dann noch zwei kleinere Starts hier im Land meiner Kinder, ein Roadmovie über Integration, Behörden und große Liebe und ein Animationsfilmstart noch Masha und der Bär. Dürften viele Eltern vielleicht kennen. Okay, da müsste eigentlich für jeden was dabei sein oder zumindest in den Charts noch wie bei mir noch zwei Filme, die man noch gucken müsste. Vielleicht gibt es bei anderen da noch mehr zum Gucken. Wollen wir jetzt über den Kurzfilm schon reden? Können wir. Ja, macht ruhig. Ja, wir stellen jetzt in unregelmäßiger Reihenfolge immer mal auch so Projekte hier aus der Umgebung vor und deswegen waren wir bei den Lux Studios zum Beispiel und ich bin durch Zufall mal auf was gekommen oder ist mir weitergeleitet worden von der Filmhochschule in Ludwigsburg. Heißt nämlich The Day Shit Happened und Kate, du hast das schon mal angeguckt jetzt. Nee, ich hab's angeguckt. Ich bin der Kate das gesehen hat. The Day The Shit Happened und du hast auch gesehen nehme ich an. Ich hab's auch gesehen, ja. 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 Oh. Also zwei Scheißhaufen unterhalten sich, ne? Ist ein Kurzfilm. Ja, es geht halt auch zwei Scheißhaufen sich unterhalten. Was noch vielleicht nicht uninteressant ist zu wissen, dass die zwei Scheißhaufen gesprochen werden von zwei Personen von den Rocket Beans, weshalb das Ding jetzt gerade auch wieder ein bisschen mehr Bass bekommt. Ich hatte das relativ, weiß nicht, vor einiger Zeit, als das gerade thematisiert worden ist bei den Rocket Beans, hey, da gibt's diesen Film und da haben wir die Synchronrollen damals gesprochen und da hatte der Film vorher irgendwie ein paar Aufrufe nur und mittlerweile hat er schon über 2000 Klicks hier, ne? Ja, es ist ein ganz netter Film. Ist ja auch schon ein paar Jahre alt, muss man auch mit sehen. 2005, ne? Ja. Ich mein, die Animationen, die sind jetzt weit entfernt von dem, was Lux jetzt zum Beispiel macht, ne? Aber es ist halt die Filmakademie Baden-Württemberg und ich mein, die hier Ludwigsburg, die sind halt auch schon einige Male auch ein Oscar nominiert gewesen für andere Filmprojekte und so. Wir werden's mal mit verlinken. Können wir dann? Ja, also man darf jetzt nicht Wunderdinge erwarten. Dann geht mal. Es ist... Ha, ja. Ganz nett. Also es ist kein Riesenscheiß. Ha, 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 ha. Aber auch kein goldener Kackhaufen. Also von dem her ist es... Also wer... Das ist ganz nett. Wer Simon Kretschmer und Etienne Gardet von den Rocket Beans mal Synchronsprecher von Scheißhaufen will, da kann sich das mal angucken. Ich will jetzt mal mit verlinken. Sonst haben wir, glaube ich, so Trailermäßig nix weiter, außer diesen unsäglichen, die hier auf der Blu-Ray-Rande drauf waren. Hab ich ja schon... Beim Dr. Mabuse ja auch, ne? War da Trailer drauf? Andere Trailer? Ja. Echt? Den hab ich noch nicht gesehen. Was ist da drauf? Ja, naja. Du hast reingeguckt, dachte ich. Wie machst du denn das? Ich hab keinen Trailer gesehen. Okay. Hast du einen Trailer am Anfang gehabt, oder was? Oder meinst du den Trailer von dem Film? Nee, nee. Am Anfang gab es zwei Trailer. Eines war da das Semmelknödel-Trauma oder wie es vor mal heißt. Achso, den kenn ich ja. Sauerkrautkoma. Sauerkrautkoma. Sauerkrautkoma, genau. Das andere hab ich schon wieder verdrängt. Okay, nee. Ich hatte die auch eingelegt gehabt und hab erst mal irgendwie mir einen Kaffee geholt und dann, als ich kam, war dann, ja, es dauerte ja immer ein Stück, bis das so hochfährt. Als ich zehn Minuten später zurückkam. Nee, es dauerte ja immer ein Stück, bis das hochfährt, bis das ins Menü. Und als ich zurückkam, war halt das Menü gleich da. Deswegen. Okay, werde ich vielleicht nochmal hier einwerfen, hier unten. Dann vielleicht sehe ich da noch irgendwas. Ansonsten, liebe Hörer, ihr könnt uns auch gerne so Trailer-Tipps schicken. Dann einfach entweder als Kommentar oder auf Twitter an AdKinoCast einfach mal was vorbeischießen und dann können wir das mal besprechen. Wir hatten auch Kommentare. Serien haben wir diesmal ja nicht. Kommentare, Kommentare hier. Ich habe übrigens Bullet of Buster's Crugs fertig geguckt. Nur so als. Brauchen wir nicht groß thematisieren. Hatten wir ja schon länger drüber gesprochen. Kommentare. Die Steff hatte ja geschrieben, dass sie Beach-Bam in der Sneak hatten und anscheinend hat sich da alles erfüllt, wovor es mir gekraut hatte. Nämlich der Film muss irgendwie ganz, ganz furchtbar gewesen sein. Sie schreibt, der schlechteste Film des Jahres, lange nicht so ein Schrott gesehen. Der Film hatte keinerlei Story, keinerlei Entwicklung. Er fängt genauso an, wie er aufhört. Ganz schlimm. Nur reines Sauf- und Drogengelage. Ich habe noch nie so viele Leute, die Sneak verlassen sehen. Nur ich stand kurz davor. Einziger Lichtblick war seine Tochter. Sie gibt 0,5 von 10 Hai-Attacken. Und in Reutlingen in der Sneak haben 76 Prozent des Publikums den Film mit schlecht oder geht so bewertet. Dieser Film hat jetzt sogar Destroyer als schlechtesten Film übertrumpft. Also ich habe ja auch, ohne den Film jetzt gesehen zu haben und ohne jetzt schon irgendwelche Kritiken gelesen zu haben, habe ich ja gesagt, also von dem Regisseur will ich mir nicht nochmal einen Film antun. Und der Trailer sah halt auch schon wieder so aus, als geht er genau in dieselbe Kerbe. Also es gibt wohl Leute, die diese Art und Weise, wie heißt der Matthew Corrine, der Regisseur, wie der so rummeanderte Storys erzählt von Drogen und von irgendwelchen Slackern, die irgendwie nur rumhängen. Das kann cool sein, wie bei, weiß nicht, hier, hier, Cheech & Chong oder irgend sowas, ja, oder die, wie ist der, ein Johnny Depp-Film da? War nicht Leaving Las Vegas, wie ist der? Na, egal. Das kann cool sein, aber hier diese Spring Breakers, der war schon so unsäglich schlecht, und jetzt nochmal genau so ein Ding, nee, 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 Harmonie Corrine heißt er, sehe ich gerade in meinem eigenen Kommentar. Die Steff hat auch noch Captain Marvel geguckt und sie sagt, sie interessiert sich überhaupt nicht für Superhelden und sie hat aus dem Marvel-Universum auch nur drei Filme bisher gesehen. Hm, da muss man aber schon gewaltig ignorant sein, wenn man da nur drei Filme gesehen hat. Da gibt es ja so viele und auch so viele gute. Aber da ihr ja gesagt hat, dass man da nicht viel wissen muss, hat sie sich den Film doch angeschaut, hat sie nicht überzeugt. Sie kann über unsere hohe Wertung, 10-Punkte-Wertung überhaupt nicht verstehen. Das ist wirklich nichts Besonderes. Viel Story gibt es auch nicht. Ein typischer Superheldenfilm. Außerdem frage ich mich jetzt, warum man die Avengers überhaupt braucht, wenn jemand so übermächtig ist. Die macht doch jeden Gegner mit einem Lichtstoß fertig. Das finde ich nicht spannend. Und sie gibt nur sechs von zehn Blaublüter. Ha. Tja, was soll man da sagen? Also ich muss tatsächlich sagen, ich kann, ich hatte nichts anderes erwartet, dass ihr das schreibt. Weil bis jetzt war es wirklich so, dass Steff und ich uns noch nie einig waren bei einem Film. Noch nie. Und alle Filme, die ich toll finde, findet sie doof. Und alle Filme, die sie gut finden, finde ich doof. Ich habe also nichts anderes erwartet. Könnt ihr euren persönlichen Beef mal dann außerhalb hier von der Sendung austragen? Nein, aber ich habe da jetzt, ich weiß nicht, als ich angefangen habe zu lesen, dass sie Marvel, Captain Marvel geguckt hat, wusste ich, dass sie ihn nicht gut fand. Ich wusste es. Ja. Ich weiß nicht, ob das was Persönliches mit dir zu tun hat. Nein, um Gottes Willen, aber es ist immer so. Um Gottes Willen, natürlich ist es nichts Persönliches, aber mir fällt es halt auf, dass es immer genau umgedreht bei uns beiden ist. Wirklich. Also ich würde ja die Steff jetzt einfach mal in die Sendung einladen. Ja. Zu einem Showdown Kate vs. Steff. Da müssen wir doch mal, da müssen wir dann auf YouTube gehen oder so. Und da brauchen wir noch so einen großen, leeren Swimmingpool und so Götterspeise drin. Du musst wieder übertreiben mit irgendwelchem Sexismus-Scheiß. Nein. Wir setzen uns da rein, Chris. Wir essen die Götterspeise. Guck, sag ich doch, Sexismus-Scheiß. Nein. Ja, ist halt, ich weiß nicht. Wie schmeckerst du denn verschieden? Ich konnte ja mal eine Zeit lang, ich bin ja auch noch nicht so richtig eingestiegen gewesen, mal eine Zeit lang in dieses ganze Superhelden-Universum, die aufmerksam Hörer werden sich erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, bis ich dann halt irgendwann mal wirklich das mal chronologisch angefangen habe zu schauen und dann irgendwie reingekommen bin in die ganze Nummer. Und vorher war es halt auch so, oh, nee, nicht noch, noch ein Superhelden-Film und was macht der jetzt und warum hat der da und so. Aber wenn man dann einmal so ein bisschen ein paar Querverweise hat und so. Ich meine, die ist schon sehr mächtig, keine Frage. Aber... Ja, ich glaube, dass da auch die nicht alles kann und es kommt jetzt vielleicht bei Endgame dann auch nochmal raus, dass sie eben, dass sie vielleicht alle nur gemeinsam das schaffen und sie alleine auch nicht stark genug wäre. Ja, es gibt eigentlich nur zwei, die da richtig stark genug sind. Ein Gott und sie... Ja. Und die beiden mögen sich ja laut Trailer. Ja, ist das so? Obwohl, die soll ja sehr spröde sein, habe ich irgendwie gelesen. Ja, nee, das war ja so, dass in dem Trailer ist ja so, dass das Tor steht vor ihr und ruft quasi mit diesem Handgriff nach seinem Hammer und der Hammer rauscht an ihr vorbei. Nach seiner Axt. Entschuldigung, nach seiner Axt. Das ist ja jetzt eine Axt. Entschuldigung. Und es rauscht an ihr vorbei und sie zuckt nicht mal und dann sagt er ja, ich mag sie. Aber nicht gut. Ach, mir fällt ein, wir haben gestern noch einen Film geguckt, den kannte meine Frau noch nicht, nämlich Spider-Man Homecoming. Den finde ich ja auch sehr, sehr gut. Und ich habe gestern festgestellt, Steff, vielleicht als Hinweis für dich, falls du den noch nicht kennst, guck den mal an. Was ich bei dem Film echt gut finde, ich habe den jetzt schon irgendwie zum dritten oder vierten Mal gesehen, ist, was der wirklich für teilweise doch ein bisschen leicht heikle Themen mit anpackt und wieder das Ganze so lockerflockig alles verpackt und es ist trotzdem witzig, es sind trotzdem ein paar ernsthaftere Themen mit drin und dann auch wiederum, was mir das eine Mal gar nicht so richtig aufgefallen ist, als hier der der Happy die Sachen packt hier von dem Avengers-Hauptquartier, dann fallen da mal so Worte so, ja, hier ist noch das und das und das und das. Habe ich irgendwie das eine Mal gar nicht mitgekriegt und da ist irgendwie was, irgendwie der Gürtel von Thor oder noch irgendwas haben die da auch mit eingepackt, ja so, ja, das muss da hin und da waren halt so viele kleine, nette Querverweise mit drin und ja, Spider-Man Homecoming, echt toll, also, ja, hat man glaube ich auch schon diverse Male, Steff, guck den mal. Der hat Kate auch nicht gefallen. Doch, hatte. Genau, Kate hat er nicht gefallen, das heißt, der beste Chance. Kate hat er überhaupt nicht gefallen. Beste Chancen. Aber Kate, dir hat auch der Martianer gefallen, der hat dir auch gefallen, wenn ich mich recht erinnere. Oh, okay, dann muss ich vielleicht meine Meinung revidieren. Ich liebe den Martianer. Vielleicht betrifft das nur Superheldenfilme hier. Das kann natürlich auch sein. Ja, hm, naja, ähm, gab es noch Kommentare? Nee, ich glaube nicht. Habe ich noch irgendeinen vergessen? Gab es noch irgendwo auf Facebook oder irgendwas? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann werfe ich mal einen Blick. der unsere, oder was bei unseren Affiliate-Links genutzt worden ist in der letzten Woche. Oh, nur ein was. Ein Baseus Handyhalter fürs Auto. Mal gucken, was das schön ist. Ist ja, mhm, haben wir zum, was ist das, ein Saugnapf oder so, also ein universales Teil, was man irgendwie an, an die Fensterscheibe machen kann oder aufs, aufs, äh, Armaturenbrett oder in diesen Lüftungsschlitz reinklinken kann. ja, das war ja nicht so viel jetzt, also da geht noch mehr, ne, ja, also wenn ihr den Kinokast unterstützen möchtet, wovon ich ausgehe, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann, ja, habt ihr schon eine ganze Sendung gehört, dann, ja, ran an die Tasten, schreibt uns einen Kommentar, das wäre so eine moralische Unterstützung, ja, damit wir sehen, ah, okay, da draußen ist jemand, der uns hört. Ja, sehr schön. nicht nur alle Filme doof findet, die wir toll finden. Das ist ja egal, das ist ja, das behebt ja, wir wollen ja nicht hier alle eine gleichgeschaltete Masse haben nur, ähm, ansonsten könnt ihr uns gerne über den Amazon Affiliate Button unterstützen, den findet ihr auf kinokast.net auf der rechten Seite oder wenn ihr noch andere Möglichkeiten sucht, ganz oben links ist ein Danke für eure Unterstützung, da gibt es so diverse Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr uns bei Auphonic Zeitguthaben schenken, damit hier die Audiobearbeitung alles so gut geht, wie es momentan so geht, ne, oder auch direkt Paypal oder Bitcoin, ihr könnt auch Bitcoin was schicken, hat bis jetzt auch noch niemand gemacht. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, und wir meinen dich da draußen, der ist gerade hier mit den Bitcoins hantiert, du bist gemeint, du könntest uns auch mal Bitcoins schicken. Du, der du in der Softwarefarm mit den 20.000 Rechnern sitzt, die Bitcoins meinen, du kannst uns mal was abgeben. Genau, während du uns hier anhörst. Genau, sind doch eh nichts mehr wert, die Dinge, oder? Das ist doch eh alles gefallen. Naja, aber dann sind wir soweit durch, denke ich mal. Ja, Kommentare haben wir. Ja, dann, wenn ihr uns noch was wissen lassen möchtet, nutzt die bekannten Kanäle, schreibt uns eine E-Mail an kate.kinocast.net für die kate, an chris.kinocast.net oder an mich, an erik.kinocast.net oder schreibt einen Kommentar oder auf Twitter at kinocast und dann hören wir uns, denke ich mal, nächste Woche wieder. Bis dann, ihr beiden, vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Bis dann, tschüss. Was passiert da im Hintergrund? Kate macht irgendwas, die putzt ihre Tastatur, wenn ich das so richtig höre, oder? Nein, die Katze. Achso. Das war ein Kratzbaum. Die putzt die Katze. Die Katze war ein Kratzbaum. Achso. Bis bald im Kinocast.